Hallo und willkommen bei GEMEDIA, mein Name ist BlackHedge und ich spiele heute Borderlands 2 mit dem Roger wieder. Und wieder Emo, so. Okay. Letztes Mal, oh mein Gott. Ich bin voll bei mir gestorben. Letztes Mal haben wir diesen Hull-Dragger vorgebracht. Und jetzt läuft der Russo schon. Auf ins Gefecht! Von Bladeburg und man kann ich Vollschatten. Nein, ich kann nicht ziehen. Genau das ist so ein Mann. Eigentlich kann ich nicht ziehen. Oh nein, das sind zwei Teufel. Also. Der Typ hat nicht bemerkt, dass wir hier sind. Komm mal her, komm mal her, komm mal her. Hey. Sollte. Hey. Wie seid ihr drüber gekommen? Er ist ein Cheater. Roger. Er ist ein Vögel. Hier ist ein Typ, der nicht bemerkt hat, dass wir hier sind. Wer? Der Typ, den wir gerade aufschießen. Sollte was nehmen. Was denn, du? Eine Million Mäuse? Okay, Jungs. Hier spricht Käpt'n Flint. Findet diesen Kammerjahr. Ah, ich kann nicht ziehen, nur eine Snapchat. Ich glaube, aber klappt. Das ist ein Typ. Ich bin der Typ. Ich bin der Typ. Ich bin der Typ. Und nachladen. Aua! Wer schießt mich hier in den Arsch? Wer schießt mich hier in den Arsch? Verdammter Scheiße. Wer schießt mich hier in den Arsch, du kleiner Typ? Hör auf! Ich muss ein Tier und eben keine Windchen gequält haben, dass ich so etwas verdient habe. Sag, Kammerjäger, könntest du Flingsmanner für mich killen? Aua! Unterklopf! Unterklopf! Nein! Naarkampf! Verdammte Scheiße. Verdammte Scheiße. Ich habe gestorben. Headshot. Und wir verpassen hier einen Kopfschuss. Schnell, sauber und weitaus weniger schmerzhaft als das, was... Headshot. Snap-up-up-up-with-a-Win. Headshot. Quickstop. Da, wie viele noch? Du bist doch Kreuzer. Headshot. Ich finde keinen. Wo sind sie? Dääh... Türe. Es ist doch nicht vorbei, du Ars! Selbst... Ein Schild! Ich habe da ein Schild! Ich denke, ich stehe jetzt in eurer Schuld. Kommt zu meiner Behausung, dann stelle ich Claptraps Sehfähigkeit wieder her. Ich deaktivere noch den elektrischen Sound. Alter! Verdammte! Bleib bitte zurück, Kammerjäger. Lass Claptrap zuerst gehen. Was ist das? Also ein Schub. Los! Wir müssen zuerst zu den Typen hier. Ja, ja, ja. Du hast doch das Spiel schon gespielt. Oder? Ne, wie heißt es denn? Ich komme gleich raus! Ich komme gleich raus! Aha! Gentleman. Sir Hammerlock. Freut mich, dich kennenzulernen, Kammerjäger. Das ist ganz cool! Er hat schon ungefähr siebenmal seinen Namen gesagt. Ich weiß auch nicht. Steht zu Diensten. Gib mir ne bessere Woche. Verdammt! 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 Was ist zu dir passiert? Schock zu! Du hast uns beiden angebracht! Raiders können kein Helden wie dich gedacht. Wenn du mir jetzt... Waren dann zu tot ein Haar schiebt mich so. Schon wieder! Jetzt brennst du! Du kommst wieder auf die Beile! Ha! Tante sollt lange um jemanden wiederzuleben. Oh ja! Wundschop! Wundervolle Waffen! Was hast du denn? Ah! Scheiße! Du Stück! Verkauf! Ah! Keine Sniper! Ich bin auf dem Turm! Neues Sniper! Keine Sniper! Was? Schade! Was gibt's noch? Da bin Waffen Waffen Waffen! Bin der König der Welt! Da war ich schon voll mit dir! Ach, verdammt! Interessant! Ich hab' gerade Geld ausgegeben um etwas zu sehen was ich nicht sehen muss. Ah, verdammt! Kostet ja! Kostet ja! Scheiß! Auf der Waffe! Oh, verdammt! Oh, ich bin getroffen! Juhu! Juhu! Ich hab' ne neue Waffe! So, ich glaub' wir müssen mit ihm sprechen oder nicht? Ah, er gibt einen Moment! Hallo? Ah, hier ist der Waffe! Ich muss mich verkaufen! So, ich muss nur das hier mit dem hier verbinden und... Ne, bekomm' ich mein Level-Aufschild! Oh mein, mein geilen Schild ausprobieren! Das war's auch schon! Haha! Ich lebe! Kann ich hier rüber gehen? Nee, er spricht wieder. Worüber? Noch nicht! Lieber wo ich bin! Und du bist weit hässlicher als ich dich in Erinnerung hatte! Wird Zeit, dass wir uns mit den Cruxen Raiders in Centurary zusammentun! Auch diese Gletscher hier außen! Nur Trottel und Mörder! Hallo! Warte! Hallo! Ich höre der Story zu! Keule! Keule! Jetzt, wo Liarsberg sicher ist, kann ich ja den Hauptstrom wieder anschalten! In dieser Stadt gibt es unzählige Dinge, die einem draufgängerischen Killer wie dir nützlich sein könnten! Kämpfen ist aus! Und dann! Progress! Seh mal, wo ich bin! Wir sind ein Cheater! Was davon, dass er den Grenzlern Frieden bringen wolle, dann schießt er die Bekloppt auf unbewaffnete Männer, Frauen und Kinder! Schon das wieder zu lebhaft, was? Hallo! Ich bin mein Verkappten Level-Up! Ich bin mein Verkappten Level-Up! Helfen wir mal mit ihm! Hast du das Gefühl, du hast zu viele Kugeln für nicht genug Geld? Oh oh! Neue Mission! Ja mal! Mal für einen Griff! Du! Abstauber! Schau mal! Schau mal! Schön aufgeben! Ok! Geld verdienen! Mein Nachbar! Holy shit! Spannung, boah! Wo ist ja... Bulimum-Freie gegen Meer! Das wäre natürlich noch viel schöner, wenn irgendwer in Lyarsburg noch am Leben wäre, um dein Ziel zu feiern! Aber trotzdem! Gut gemacht! Ich verleben! Da ist ein Medikid! Galt! Ich habe nicht mal gemeint, dass wir ein Schild schon hatten! Ja! Los! Ich muss... Scheiße! Nein! Schnauern! Ja! Ein Schild! Ein Vogel! Mission! Vogel! So! Los! Abne wie den Teich! Ok! Ich habe einen besseren Schild! Ah! Da runter! Kommt her Vogel! Ich bin mal jung! Ja! 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 Not again! Ok! Ich bin auch der Gerät von vorne! Fall! Nicht runterspringen! Also du bist ja ganz sicher! Du musst es gerade runterspringen! Okidoki! Ja, hör auf! Hör auf! Das, was der Kommando sagt! Oh, ich höre! Oh, ist schwer schon! Ich meine... Aua! Das ist doch plötzlich! Oh mein Gott! Der ich noch! Na los! Lade schneller nach! Oh, hat zum Glück nämlich gespielt! Ja! Ja! Jedenfalls! Kehr bitte zum schwarzen Brett zurück! Ok! Ja, wenn wir sonst nichts besseres zu tun haben! Zum schwarzen Brett! Aber pronto! Los! Springen wir jetzt den Weg! Los! Springen wir den Weg zusammen! Oh yeah! Sir Hammerlock! Hallo! Bitte lass Käpt'n Flint so langsam wie möglich stecken! Ah! Eine! Okay, neue! Nehmen wir einfach mal alle Questern oder? Ja! Moment! Wir haben eine neue Waffe bekommen! Oh ja! Neue Woche! Rundstelle Woche! Immer geschehen! Äh! Was für eine Quest machen wir als nächstes? Äh! Egal! Sammeln wir Haare! Sollen wir viel Haare sammeln? Du hast die Haare schön, ne? Okay, du hast die Haare schön! Los geht's! Aber warte mal! Ich gehe! Könnt du diesen Zweck erfüllen, wenn du mir das besorgen könntest? Um an das Fell eines Bullimongs zu kommen, musst du es ihm mit bloßen Händen abreißen! Schwäche einen Bullimong mit Schüssen, dann gib ihm mit den Fäusten den Rest! Gar kein Tier, gar keine Tierquillerei oder so! Du hast den Knopf gedrückt! Nein, weiß der! Nein, das weiß ich nicht! Das weiß ich nicht gesagt! Das gibt keinen Sinn! Los! Äh, wo laufen wir? Laufen wir richtig? Keine Ahnung! Du bist der Commander! Ja, ich weiß ja nicht, wo Ruse hinläuft! Glaubst du nicht? Hatschaut! Jetzt hab ich meine Ahnung schon die geworfen! Moment! Wollt schon Knopfen! Ja! Moment, fress die neue Waffe aus! Gar nicht zielen! Oh! Oh, schon kein Leben mehr! Schnauze halten! Schnauze halten! Nicht draufschießen! Moment! Nicht draufschießen! Oh! Wer hat sich da die Finger verwandt? Ich brenne! Aua! Ich lauf noch in die Fromme! Munition! Ich brauche mehr Munition! Ah, Munition! Wir haben noch keine Munitionslage gefunden, oder? Äh, noch haben wir noch nicht freigeschalten! Verdammt! Ich brauche auch mal einen Muni! Wir haben den Zug, der durch der Dust fährt, geheijackt! Ich hab nur noch so schön geschwissen! Denn alles gut geht, sollten wir Sanctuary innerhalb eines Tages erreichen! Hyperion hat keine Truppen von Newhaven abkommandiert, um uns zu verfolgen! Und ein Sandsturm hat ihre nächste Grenzstadt begraben! Wir müssen nur... Yo! Bro! Das geht! Haha! Wir machen doch die Mission mit den Haaren, oder? Ich glaube ja! Äh, muss auch bei Taptic die ausfüllen so sehen! Ich hab's ausgewählt! Ich hab's ausgewählt, aber es ist verdammt zu weit dahin! Da hin ist jemand! Geh mal dahin! Next Level! Level... Level 4! Level 4 ist schon! Ich ging schnell, ist flach da! Alter nicht! Los, einfach mal reinlaufen und ein paar Typen... Amburgsen! Hey, Mann! Oh! Level auf! Guter Schuss! Medikinds hier! Medikinds hier! What? Leaf Guns hier! Da ist aber keine drin! Warum Munition? Da unten ist die Kiste! Lass mir die Kiste! Mach auch Munition! Lass mir die Kiste! Nein! Wo willst du hin? Äh... Wir müssen doch gleich nur eine... Automat finden oder eine Brotzaunen! Lass mir die Kiste! Lass mir die Kiste! Lass mir die Kiste! Los geht's! Gib mir die Deckung runter! Ja, Moment! Nicht du! Der andere! Ja, Moment! Moment! Geh! Eine Shotgun! Oh mein Gott! Ein Shotgun-Swerg! Falsche Waffe! Puh! Moment, Mann! Ich muss... Ich hab keine mehr... Gut auch! Eine Toilette! Wichtig! Eine Toilette! Entschuldigung! Eine Waffe! Jetzt hab ich mal... Nichts drin! Ist da keine SMG? Entschuldigung! Ich hab ein paar Schilde, wenn jemand ein Schild braucht! Ah! Bulli-Mox! Tönt die Bulli-Mox! Aua! Mein schöner Arsch! Schöner Arsch! Er ist so wunderschön! Er muss den Bulli-Mox mit einem Nahkampf-Angriff töten, um sein Fell zu bekommen! Ah, Nahkampf und wir töten! Das bekommt unser Fell nicht! Ein Lähmeterschlag! Jetzt nimm das Isidro! Es ist perfekt! Bitte sammle noch ein paar mehr! Schnauze auf den Binnen! Fett! Ich hab keine Kombination mehr! Ich hab eine Granate! Lass mir hin und träg meine Waffen aus! Äh... Ja... Oh, das passt auf uns! Cool! Schack, du hast euch verbrennt! Na? Ja, ich hab kein Leben mehr, verdammter Mann! Oh! Medikid! Oh, sorry! Wir müssen sie mit Melee! Ja, ich weiß! Mit Nahkampf! Nahkampf! Ich... Ich... Verklopp ihn grad drübe! Komm schon! Ah! Auf den Sack, du Vogel! Gute Arbeit! Noch zwei! Ich schiebe das Zeug! Sie sind so weich und warm! Ja! Gut! Und jetzt noch! Noch einen! Aber wo sind sie? Sie sind weg! Oh, eine Pistole! Pistole! Ja! Ah! Wie geht's mit dem... Heimelot, die... Hier gibt jemand eine Feuer... Äh... Äh... Revolver! Feuerrevolver! Ja, ja! Ich hab ein Feuer... Ich hab schon Feuerrevolver... Äh... Ne, fein... Aus... Brüste hinaus! Ich hab jetzt die Explosions. Ja, sieht doch nicht aus. Du brannst ja. Das ist eine Feuer-Shotgun, oder? Nein, auch eine Pistaule. Ja, oder Revolver, keine Ahnung. Die lädst du nach. Das heißt, dass man Waffen nachbauen muss. Ja, aber wie? Das müsste die Frage beantworten, ob er so eine Revolver oder eine Pistole ist. Liegt ein Objekt? Objekt wo? Oh, Muni, Muni ist doch egal. Spring, du Stück. Kein Duell. Na los, spring, du Stück. Haben wir schon die Spezialfähigkeit freigeschaltet? Da oben ist noch eine Kiste und ich will... Das sind die nächsten Leute, Alter. Die Waffen sollen nicht sprechen. Die Waffen sollen schweigen. Galt! Und, lass mal sehen wir gleich. Nein! Nein! Das war knapp. Das wird schön verdient. Mellow. Willst du es wirklich wissen? Springen! Ah, verdammt, du bist du nachladen! Ich kann dich nicht zählen! Haufst du durch die Gegend springen! Oha! Wo bist du? Du bist nicht! Der tötest mich aber! Der mellet, lange! Tot. Gut. Du bist sowieso zum Rolltyp und ich bin normaler Soldat. Aber bin nicht der Kommand, Kommander. so um wo finden wir bei uns Prozent noch heute der Unterhaltung ist in den Pfarrer hier hoch für Wochenende einzusetzen gestern hier er kann ein Rappretteil Kostet du musst deinen Teil einführen haben wir das Teil denn schon ja du hast es aufgenommen war nein ich nicht ich hab's nicht finde die Sicherung die Sicherung liegt irgendwo ja wir haben die falsche Mission an ja wir haben die Mission an die wir schon die ganze Zeit dann haben Bullimon Haare finde die Sicherung wo liegt sie ja sie liegt da hinten wo wir schon alle umgebracht haben ich geh sie holen wenn ich hier rüberkomme geh mal zum Weg kleiner wer ist hier die Hälfte des anderen ich finde die Sicherung zuerst hoffisch ich warte hier ja warte du du fauler Sack ab sie steck sie rein los steck ihn rein gut alles kommt schon oder ich drücke den Hebel 5 4 3 2 1 drück den Hebel wow das geht ja verdammt schnell haha ich wollte so so episch rausbringen nein zu schnell verdammt also echt zu langsam verdammt das war schnell ein Hochleistung ein Hochleistungslift wenn du leben willst kauf bei mir haha oh endlich haha Willkommen in Doktor Setz tragbare Klinik alles schlecht ausmachen ja das ist blöd das ist kurz zu erste billigste Prozent 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 der KD mit dem Motto aus dem Ausland spät Herr D so ist die Haare schönes ist auf Deutsch Prozent Prozent wenn er nicht umgehen das heißt er hat die Lone Storz geben in die Stadt sofort die Mission aufgeben worden dann wird diese Person hier Denn wir sind schon wieder am Zeitlimit. Komm schon. Ungefähr 15, 16 Minuten. Wir können aber ein bisschen mehr aufzeigen. Dann machen wir jetzt noch diese Episode fertig, sobald Eruso in der Stadt angekommen ist. Und dann machen wir die nächste Episode etwas langer. Okay, weil 15 Minuten sind ein bisschen weniger. Ja. Okay, Sir Hemalock. Hallo. Belohnung. Okay. Bam. Zwerge, Bullmonds und Kommajäger. Na toll. Symbiose. Ich kann mich weiter bücken, als du groß bist. Mann, kann ich mich tief bücken. So, ich habe einen Schild bekommen, glaube ich. Nein. Skinanpassung. Bereits freigeschaltet. Dann gehe ich mal ansehen, um meinen Skin anzupassen. Und dann, ja. Okay. Ich beende diese Episode jetzt hier, okay? Mein Name ist Black Edge. Ich habe mit Eruso und Roger Deys gespielt. Und das war Borderlands. Bis zum nächsten Mal und noch einen schönen Tag. Und dann geht'sim. aus dem A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A